Leute, da kommt ne Kiste! Eine Kiste mit Stärkung kommt vor dem Battle für die Couples wie gerufen. Wenn nur das nestige Schwimmen zur Plattform nicht wäre, bei dem man sich schon jetzt verausgabt. Wer schwimmt? Du machst das schon, Marco. Ich geh nicht schwimmen. Ich weiß, dass du's willst. Ich bin jetzt schon zweimal. Du wirst doch hier schon Badesachen haben. Nein, das ist mein Alltagsoutfit. Ich geh auch so nach Rewe. Ja, geh du. Ich muss mein Make-up aufrechterhalten, solange es noch geht. Natürlich wollten die nur mal unsere Ressourcen ausbrauchen, dass die dann hier schwimmen. Also ich bin doch nicht blöd. Ich hab schon ein bisschen Verstand. Da wäre keiner von uns ins Wasser gegangen. Machen wir. Das ist am fairesten. Also, schnick, schnack, schnuck. Du hast verloren. Einer von euch Spalten muss. Ja, ich mach nicht. Ich schwimmen. Nein, nein, nein. Muss Christine nicht schwimmen. Einer von euch Spalten muss. Das war fair. Die wird nicht schwimmen. Das war am gleichberechtigsten gerade. Die wird nicht schwimmen. Christine wird nicht schwimmen. Zu 1000% nicht. Kann ich euch sagen. Ja, ey, du hast wieder Team gemacht. Ihr seid doch ein Team, oder nicht? Christine scheißt auf das Team hier. Ich frag Christine jetzt mal, bevor ihr jetzt weiter diskutiert. Fraglich, ob Christine ihren Stammplatz am Schminktisch freiwillig verlassen wird. Christine, die haben gerade schnick, schnack, schnuck in den Teams gemacht. Ja. Valentina hat verloren. Nein, ich mach da nicht mit, weil wir schon gestern, ist hier schon das zweite Mal geschwommen. Das wäre jetzt das dritte Mal. Ich schwimm nicht. Ich schwimm auch nicht. Warum machst du da schnick, schnuck, ohne mit mir zu sprechen? Nein, ich hab gesagt, nein, ich mach das doch nicht. Ich mach das auch nicht. Du wirst auch nicht machen. Dann bleibt die Deine in der Kiste. Du hast hier schon genug mit Männern gemessen. Hat man schon gesehen, wer hier stärker ist. So, also, let's go. Bewegt euren Arsch. Also, jetzt werde ich hier langsam immer richtig sauer. Sieht zu, dass ihr das da jetzt holt. Was hast du gesagt? Was sind das denn für Pussis, Alter? Irgendwann ist einfach mal gut, ne? Butter bei die Fische, Leute. Es ist irgendwann mal gut. Und dann platz ich auch mal, ne? Christine, ne? Zügel echt mal deinen Ton. Nein, das passiert mich jetzt nicht mehr. Hallo, Christine. Jetzt halt mal dein Maul, ohne Scheiß. Jetzt sag ich dir. Das hier als Männer... Alter, was ist denn mit dir? Wir sind hier im Team. Ihr seid wie Männer. Da kann ich so viel umgehen. Ganz ehrlich. Möge das stärkere Team gewinnen. Ja, ganz ehrlich. Schau mal ganz andere Seiten hier auf. Ihr seid solche Pussis, Alter. Fahr mal einen Gang rund, meine Mädel, Alter. Ihr seid so voll Pussis. Mit wem redest du? Kleines Kind, Alter. Werd erwachsen, ey. Interessiert mich nicht. Verdammte Scheiße, ey. Halt echt mal am Rand und hab Respekt. Nein, hab ich nicht. Wobei es nicht mal wieder geschrieben wird, Alter. Nö. Ihr seid für mich keine Männer, Alter. Solche Pussis, Alter. Richtig dummes Gör. Zug ist abgefahren für dich, ey. Ja, ich sag euch gleich mal was ganz anderes. Ja, komm, ey. Alter, du bist, gell. Ganz ehrlich. Das Thema ist beendet. Ja, so oft mehr. Mit der zu reden. Finit oder Musiker. Ende. Aus die Maus. Micky Maus. Hab keinen Bock mehr auf die. Sowas geht gar nicht. Die haben keinen Charakter. Da fällt mir auch nichts zu ein, so. Was man dazu eigentlich... Also schon, aber das will ich jetzt hier nicht sagen, ne. Also tut mir leid. Schwachmaten. Das finde ich. Da ist so voll die Pussy-Marke. Wie du mit mir jetzt auch, wenn wir da gibt. Und Volltrottel, Alter. Na na. Ja. 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 Die. Ja. 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 Deine. Okay. Ja. Ja. Ja.